Am 4. Dezember stehen wir vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Mit Alexander Van der Bellen kandidiert jemand als Bundespräsident, der für Demokratie und Zusammenhalt steht. Van der Bellen ist ein vernünftiger, vertrauenswürdiger Mensch, der Österreich gut nach außen vertreten kann. All das ist gefährdet, wenn mit Hofer ein deutsch-nationaler Burschenschafter Präsident wird. Hofer wäre ein gefährlicher Türöffner für einen Kanzler Strache. Was passieren kann, wenn Hofer und Strache die höchsten Ämter im Staat einnehmen und es zu einer blauen Republik kommt, sehen wir bei Straches autoritären Spiegelbildern in Ungarn, Polen und der Türkei. Wir müssen Hofer stoppen und im Mai ist es bereits einmal gelungen. Die Stichwahl am 4. Dezember wird extrem knapp und es kommt auf jede Stimme an. Wir haben drei Wochen Zeit, um mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zu überzeugen, zur Wahl zu gehen. Rede mit deinen Verwandten und Bekannten, hol dir eine Wahlkarte und ruf drei Freundinnen und Freunde an und frag sie, ob sie bei einer Verteilaktion mitmachen. Es braucht jetzt jeden und jede einzelne von uns, um am 4. Dezember eine Mehrheit für Demokratie und Zusammenhalt zu erreichen. Danke für deinen Einsatz. Gemeinsam können wir das schaffen.